Yo, ich höre auf der Runde UNO und mit mir mach ich den Max und den Markus. Ui! Hallo! So. Äh, flippen wir die Karten einfach. Und du hast den Cook vergessen anzusaugen. Ja, der Cook, der spielt auch an. Der Cook, ja klar. Kannst du dir Rudi eigentlich mit oder wie der andere hier hieß? Scheiß auf Rudi, guck dir den Cook an, der ist ein richtiges Poker-Spiel. Ne, der Cook, der hat mich letzte Runde fertig gemacht. Der war auch der beste Spieler in der Runde. Ah! Ah! Huch! Ah, dass ich viel Karten hab, ne? Siehst du eher so, du bist auf Konfliktation heute raus? Nee! Nee, das haben wir jetzt hier nicht gewettet. Ah, das glaube ich allerdings schon. Och, ne! Ah, der Cook, der weiß wie es geht. Also der Cook hat da plus 4, Max. Oh, Scheiße! Der wird dich gleich reinfreddern. Jawohl! Hau rein, Junge! Ähm... Udo! Aber der ist ja voll zeitlich begrenzt, ey, what the fuck? Das kann man nicht ausstellen. Kann man das ausstellen? Ich hab nichts gesehen. Ach, Udo! Was soll das? Rot oder was? Was ist das für ein Scheiß? Ey, warum kann ich anfechten? Ich hab's doch ausgestellt. Anfechten? Scheiße! Was hab sie doch gesagt? Was hab ich gesagt, dass du rot hast. Ach so, das geht. Ach so, um die Farbe. Ja. Jawohl! Da seh ich mich! Ey! Aber warum? Aber ich hab doch das Anfechten ausgemacht. Jetzt bin ich so verwirrt. Egal, da spielen wir halt mit Anfechten. Mach ich eh nicht. Ich bin jetzt frei. Hab ich nicht. Ne. Ne. Jawohl. Da seh ich nicht. Ähm, Angus hast du eigentlich dazwischen den geholt? Mit 20 uns? Nö. Muss das eh nicht nur der machen, der die Lobby hat? Ja, das haben wir gefragt. Ach so, das hat doch nicht gehalten. Ne, dann hab ich mir schon geholt. Alter, schon wieder rot oder was? Alter, der guckt, der kommt gar nicht mehr aus dem Süden raus, ey. Aber verdient, der Wichser. Wisse. Alter, jawohl. Boah, wer hat denn viele? Feine Angenehmheit, Alter. Ja, damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich kenn das noch so, wenn wir quasi... Ne blaue 3. Wenn du nicht kannst und zwei ziehen musst, dann musst du ja trotzdem noch einen weiterziehen, oder nicht? Was? Warum? Also wir haben immer gespielt, wenn man zwei ziehen muss, darf man nicht weiterspielen, Ende. Äh. Ja, das ist immer die Frage, ob man nach dem Ziehen noch weiterspielen darf, oder nicht? Also wir haben immer gespielt, dass man irgendwie ziehen muss, plus vier, plus zwei, oder ach, Stapelung, plus 100. Also ich kenn's auch so, dass man nach dem Ziehen direkt spielen darf, wenn man die richtige Karte zieht. Ja, Max, das geb ich mal zurück hier. Danke, danke, darf ich jetzt mal ein Ziehen. Super. Also ich hab grad die vier schon hingelegt. Alter, Alter, komm schon. Mann! Ja, Max, gerne. Ach, das ist ja so ein Scheiß. Rot, wer hat denn Rot? Ja, der Cook. Ja, du brauchst kein Rot haben. Ja, besser ist es. Ja, der Cook, der braucht erstmal keine Grün haben. Wer hat denn Grün? Ja, wer hat denn Grün? Also jetzt mal wirklich. Aber du brauchst keine Grün haben. Alter! Gelb hab ich aber nicht, Mo. Ja, jetzt halt. Oh, jetzt wird's lustig. Mit mir. Im Entausch mit mir. Ja. Das war jetzt auch keine gelbe. Keine... Aufzeige, keine hatten wir. Also, Markus hat nur gelbe Karten. Nee. Doch. Nee. Mo hat denn nur gelbe Karten. Ja, aber jetzt hat Markus gelb. Das heißt, guck nur noch gelbe Karten. Guck nur noch gelbe Karten. Ähm. Naja, das geht. Oh, scheiße. Ja, Cook. Ey, wie ich das immer vergesse, dass man da die Karten wechselt. Jetzt hat Mo nur noch gelbe Karten. Ja, perfekt. Nee. Ja, hier legen wir mal eine 3. Nee. Ich hab immer noch kein Gelb. Machen wir mal Grün hier. Ah, nee. Ja, was willst du denn mit Grün jetzt? Ja, Grün ist die Farbe des Brokkolis. Mann, ich hätte ja dazwischenlegen können jetzt, wenn man dazwischenlegen hätte. Das ist richtig... Äh. Das juckt mich in den Fingern. Bitte? Ja. Jetzt reicht's aber gleich. Achso. Seht. Kannst ruhig noch ein bisschen mehr ziehen. Wir schauen, du kannst hier nach der Rot schon wieder direkt. Alter, kommt schon. Oh ja, das gefällt mir. Das taugt mir. Das taugt mir. Das taugt mir. Das ist jetzt behindert. Oh nö, guck. Jawoll. Du bist doch so ein Wichser, guck. Ach, Mo, du hast jetzt übrigens zwei blaue Siebener. Aber eine werde ich direkt wieder los. Alter. Du weißt schon, dass der Markus einfach zurücktauscht jetzt? Ja, ich weiß. Und nur plus zwei Karten. Könnt's aber wieder zurücktauschen. Ja, aber die Siebener muss man die sowieso gelegt haben. Klingt ja nix. So, wir machen das doch eben nochmal. Ah, perfekt. Alter, der Markus hat nur plus zwei Karten. Leg mal einen, ich muss wieder loswerden. Zum Glück hab ich umgetauscht, sonst hätte ich die auch abbekommen. Scheiße. Ach, guck. Ja, sag ich mal Schnittchen, ne? Schnittchen-Duell. Ich hab halt nix anderes. Ja, ich weiß. Ich hab sie gesehen. Da muss er ziehen. So, das nehm ich jetzt hier. Ich hab echt ne Scheiß-Karten. Oh, no. Ne blaue Aussetzen, Max. Ne blaue Aussetzen? Nein. Das ist gut zu wissen. Max. Mach jetzt blau, sagst du. Max. Ich hätte echt gerade blaue neu hinlegen können, gell. Hä? Es ist nicht gesagt nur, ich jetzt. Ja, ich hab das nicht für einer eigentlich. Hä? Hättest du nicht gesagt nur? Ich hab gerade schön gezogen. Nein! Mach anfechten, Bruder! Warum? Ja, weil er doch ne blaue Karte hat. Hä? Ja, und? Hä? Ja, danke, Max. Hätte ich jetzt ne gelbe gehabt, dann hätte er's anfechten müssen. Hä? Ich dachte, wenn du blau sagst, obwohl du blau hast... Alter, der Tuck, wie er einfach mit mir spielt. Alter, ich hab hundert Karten gehabt. Ja, ist ja egal. Wir haben sogar nur verloren. Ja, spielen wir noch eine, oder Doric? Ja, die Folge ist uns viel zu kurz. Gingen ja viel zu schnell, die Runde jetzt. Geht ja hier noch weiter. Ah ja, genau. So. Kameramann. Markus ist raus. Ich bin raus. Ja, toll. Bei dir, Eman. Bei dir. Die können wir die Aufnahme gleich wieder vergessen. Jetzt kann man die Aufnahme schon wieder vergessen. Ich hab einen Android-Account, auf den ich mir folgen könnt. Da brauchst du keinen Scheiß. Oder auch nicht. Schaut selbst. Der Panpan ist dabei. Ja. Da wir letztens ein Problem hatten, sind wir wieder zurück. Wir hatten hier gleich die Pluswünschen, hier. Die... Wir hatten die Pluswünschen hier. Aber ich? Ah fuck! Also ich nicht. Ich, jetzt war ich kurz verwirrt, sorry. Hä? Das sah so aus wie der Panpan die gehabt. Ja, Kameramann. Ja, moin. So, gerne. Drück mal den Markus nach. Ja, so ich das sehe. Ja, das ist so. Also... Gute Anschau. Jetzt noch mal zu rot. Ja, okay. Da bin ich auch cool für. Ja. Mach, 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 ne? Nö, ja gut. Hustensaft. Ja. Machst du Karten so, Markus? Hm, der hat von allem bisschen was. Okay. Nix besonderes. Ah. Jawoll, der Panpan, der weiß wie's geht. Der weiß wie's geht. Ich will Kuck zurück haben. Was ist denn das? Bei der Panpan, ne? So nen cuten... Hab ich von Panpan gelernt noch. Bärener. Äh? Ja, aber kann ja nicht sein, dass der Hela von so... Also... Der Kollege. Ich glaube, dass der Panpan gewinnt. Wie ist das so? Ja, hier. Ah, danke Panpan. Ehrenbruder. Wir sind aber zusammen, oder was? Ja, klar. Oh, als ob der schon Uno hat. Jetzt wird's kritisch. Ja, ne gelbe 5, oder was? Keine Ahnung, was der Panpan hat. Vielleicht auch nicht. Aber der macht uns jetzt fertig. Ja, wenn du das nicht plus 2 oder plus 4 reinhaust, dann ist das Ende in unserem schichtliche Leben. Was? So. Was soll ich spielen? Schwierig. Geiler. Er hat Rot. Er hat Rot? Okay. Dann nehmen wir Grün. Jetzt hat er Grün! Jetzt hat er Grün! Nein! Nein! Oh Mann! Muss man hier jetzt weiter drücken? Keine Ahnung, ich drück mal lieber nichts. Ich hab da eventuell erläutert und wird er aufgedrückt. Okay, dann drück mal nicht. So. Ah, perfekt. Okay. Machen wir doch noch eine. Ja. Diejenigen sind sehr schnell. Ach, uff. Ich hab gesagt, Jun, guck zurück. Der Panpan ist einfach zu heftig für uns. Na, der ist schon eine Stufe höher hier. Der hat das Spiel schon durchgespielt gleich. Ja. Ein paar Mal schon. Hm, kann ich schon nicht. Der wird hier rumgereicht. Ja, hier. Ja, okay. Ja, sag ich mal als Schnittchen, ne? Hier ist mal vier wieder. Ah, ja, Panpan zieht mal ein bisschen. Ah, scheiße. Geld habe ich aber nicht Panpan. Ja, gelb ist okay. Ja, blau geht auch. Nee. Ach, Panpan. Der Panpan. Danke, Momo. Ja, hab ich hier wieder geteamt oder was? Panpan hilft mir mal. Ja. Aber jetzt hab ich lassen können. Oh, Verschlag. Oh, Acht, Acht, Acht. Die Zeit ist aber auch für's dir. Hast du's da noch? Naja. Ja, blau, oder bin ich dabei? Grün, da seh ich mich. Oh, ja, da seh ich mich. Das ist jetzt kritisch. Das ist jetzt mehr kritisch. Mord grün. Mord grün. Mission abort. Mission abort. Nein! Panpan! Oh. Oh! Oh, das ist so schwarzer. Oh, das ist so schwarzer. Oh! Oh! Oh, oh. Oh!